Die Bibel in einem Jahr, Tag 200. Gerechte Gnade. Es heißt, das größte Problem dieser Welt sei nicht ein Mangel an Demokratie, zu große Armut oder zu wenig Medikamente gegen Aids, sondern die Tatsache, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung keinen Schutz durch das Gesetz genießen. Ein Mangel an Gerechtigkeit hat furchtbare Auswirkungen auf die Armen dieser Welt. Die Themen Gerechtigkeit und Gnade spinnen sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ohne Gerechtigkeit kann man Gnade nicht wirklich verstehen. Eine Definition von Gnade ist unverdiente Liebe. Eine Eselsbrücke könnte lauten, Gott nimmt alle durch einen an. Wir sehen heute, wie Jesus Christus dir und mir gerechte Gnade zugänglich macht. Der Herr verabscheut es, wenn der Schuldige freigesprochen und der Unschuldige verurteilt wird. Ein gottloser Richter nimmt heimlich Bestechungsgelder an und verdreht das Recht. Ein vernünftiger Mensch bemüht sich um Weisheit, aber ein Dummer hat nur andere Dinge im Kopf. Ohne Gerechtigkeit geht es nicht. Beides ist eine Form groben Unrechts. Beides ist Gott ein Gräuel und hat schwere Auswirkungen in der Gesellschaft. Ein Großteil des Problems wird durch Bestechung verursacht. Der Gottlose nimmt heimlich Geschenke an und beugt damit das Recht. Ein Anwalt in einem Entwicklungsland erzählte mir einmal, dass man die richtigen Räder schmieren müsse, wolle man den Gang der Rechtsprechung beschleunigen. Ein Euphemismus für Bestechung. Der Kampf für Gerechtigkeit ist eine ernste Aufgabe. Sie erfordert harte Arbeit und lässt sich schnell ausbrennen. Das Buch der Sprüche ist reich an ausgewogener Weisheit. Es erinnert uns, dass wir Familie und Freunde brauchen. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Vermeide sinnlose Diskussionen. Wer den Streit liebt, liebt die Sünde. Unnötiger Streit vermag Familien und Freundschaften kaputt zu machen. Neben Familie und Freunden ist auch Spaß wichtig. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Nimm dich selbst nicht so ernst. Man muss über sich lachen können. Lachen ist wie ein Fitnesstraining für dein Inneres. Es trainiert deine Seele und erhält dich gesund. Herr, zeige uns, was wir als Einzelner und was wir als Gemeinde tun können, um allen Menschen Zugang zur Gerechtigkeit zu verschaffen. Hilf uns, die richtige Balance im Leben zu finden, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen und uns trotzdem Zeit für Familie, Freunde und Freude nehmen. Hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt, um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen? Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Das Gesetz aber kam erst später hinzu. Es sollte das volle Ausmaß von Adams Verfehlung ans Licht bringen. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gnade im Überfluss Wie siehst du dich selbst? Was glaubst du von dir? Was meinst du, wie Gott dich sieht? Und welche Gefühle hat er für dich? Gnade bedeutet, dass wir in Gottes Augen gerechtfertigt sind. Rechtfertigung ist ein kostenloses Geschenk, das wir aus Gottes Gnade erhalten. Unsere Sünde ist machtlos gegen Gottes Gnade. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Wo bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, dort herrscht jetzt Gottes Gnade. Paulus enthüllt weitere erstaunliche Aspekte der Gnade. Dazu stellt er zwei Reiche dar, Adamsreich und Christireich. Von Natur aus gehören wir alle zu Adamsreich. Sünde, Tod und Trennung von Gott kamen durch Adam in die Welt. Aber Paulus beschreibt ein neues Reich, das Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung begründet hat. Das Erstaunliche ist, dass du von Adams in Jesu Reich übersiedelst und das nicht wegen guter Führung, sondern einfach indem du Gottes Gnade als Geschenk annimmst. Das wurde durch Jesus möglich. Paulus beginnt damit, den Tod, der durch Adam in die Welt kam, mit dem Leben, das durch Jesus kam, zu vergleichen. Der zentrale Punkt aber ist, dass es sich mit der Gnadengabe nicht verhält wie mit der Sünde. Sie lassen sich nur deshalb gegenüberstellen, weil das Geschenk des Lebens so viel größer als die Übertretung ist. Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, dass von beiden viele betroffen sind. Deine Entscheidungen, gehorsam oder ungehorsam zu sein, wirken sich auf viele andere Menschen aus. Infolge von Adams Sünde starben viele. Aber Jesu Gehorsam ermöglicht vielen den Zugang zur Gnade, in der du stehst, und das freie Geschenk der Rechtfertigung. Das Geschenk ist nicht wie die Übertretung. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde Adams die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Adams Ungehorsam führte zur Herrschaft des Todes. Doch durch Jesus Christus werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Adams Sünde bewirkt, dass wir alle auf der Anklagebank sitzen. Jesu Rechtfertigungstat am Kreuz macht es Gott möglich, uns für gerecht zu erklären und Leben zu schenken. Jesu Rechtfertigung zieht deine Rechtfertigung nach sich. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus Gottes Gnade und sein Geschenk möglich gemacht. Die Folge unserer Sünde sind Gericht und Verdammnis. Wären wir allein auf Gerechtigkeit angewiesen, wäre das unser Los. Weil aber Jesus an unserer Stadt gestorben ist, bekommen wir Gerechtigkeit geschenkt. Gott kann gerecht sein und dich trotzdem freisprechen. Es gibt so etwas wie gerechte Gnade. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gottes reichlicher Gnade und Barmherzigkeit sowie dem Geschenk der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die du empfängst, lässt dich leben. Du wirst gerechtfertigt und gewinnst durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Und alles aus Gnade. Lass diese Wahrheiten tief in dein Herz sinken. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. In seinen Augen bist du gerecht. Und glaube, dass Gott wegen dem, was Jesus für dich getan hat, Freude an dir hat. Herr, ich danke dir für Jesu Tod an meiner Stadt. Danke, dass obwohl ich Gericht und Verdammnis verdiene, du mir Rechtfertigung und Gerechtigkeit als Gnadengabe anbietest. Hört zu, die ihr die Armen unterdrückt und die Bedürftigen zugrunde richtet. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest endlich vorbei? Wann ist die Sabbatruhe bloß vorüber, damit wir die Kornspeicher wieder öffnen und Getreide verkaufen können? Dann treiben wir den Preis in die Höhe. Wir verkleinern das Getreidemaß und machen die Gewichte auf der Waage schwerer, wo die Käufer ihr Silbergeld abwiegen. Auch die Waage selbst stellen wir falsch ein. Bestimmt können wir sogar noch den Getreideabfall verkaufen. Wer euch Geld schuldet, den macht ihr zum Sklaven. Ja, ihr verkauft einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Ich, Gott der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Ich sah den Herrn in Bethel am Altar stehen. Er befahl, schlag auf die Kapitelle der Tempelsäulen, dass die Türschwellen erbeben. Zerschmettere die Säulen, damit die Trümmer den Leuten auf den Kopf fallen. Und wer das überlebt, den lasse ich vom Schwert durchbohren. Keiner wird fliehen können, niemand wird entkommen und sich retten. Gott sagt, an jenem Tag werde ich das Reich von König David wieder aufbauen. Jetzt gleicht es zwar einem verfallenen Haus, doch dann richte ich die ungestürzten Wände wieder auf und schließe die Risse in der Mauer. Ja, ich lasse es wieder in seinem alten Glanz erstehen. Denn ich wende das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten. Die Israeliten bauen die verwüsteten Städte wieder auf und werden auch darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden deren Früchte genießen. Der gerechte und gnädige Gott Widerspricht Amos laut gegen herrschendes Unrecht. Hört zu, ihr, die ihr die Notleidenden tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet. Ihr könnt es kaum erwarten, dass der Sabbat vorüber ist und die Feiertage vorbei sind, damit ihr wieder handeln könnt. Ihr messt das Korn mit falschem Maß und wiegt es auf gefälschten Wagen. Und ihr mischt den Weizen, den ihr verkauft, mit Spreu, die ihr vom Boden zusammenfegt. Dann versklavt ihr die Armen wegen der Schuld eines Silberstücks oder eines Paars Sandalen. Die Menschen damals unterschieden sich nicht so sehr von unserer Gesellschaft heute. Menschen verhungern geistlich. Es gibt einen Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen sind auf der Suche und probieren es mit Drogen, Alkohol, Sex und Macht, alles in dem Versuch, diesen tiefen Hunger zu stillen. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ziel des alten Bundes war der Schutz der Benachteiligten. Wie auch heute oft hatten die Armen keinen Zugang zum Recht. Es wurde auf ihnen herumgetrampelt, sie wurden übervorteilt. Der Herr hasst Unaufrichtigkeit, weil er uns liebt. Und er liebt die Armen. Unrecht und Unaufrichtigkeit waren der Kern von Israels Sünde. Deshalb kündigt Amos ein Gericht an. Die Zeit wird kommen, da ich eine Hungersnot ins Land schicke. Israel wird ins Exil geführt werden. Trotzdem endet das Buch Amos mit der Verheißung auf Wiederherstellung. Ich werde das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Dann werden die Weinberge Israels von süßem Wein triefen und überfließen. Ich werde mein vertriebenes Volk Israel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmern liegen, wieder aufbauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge und Gärten pflanzen. Sie werden ihre eigenen Feldfrüchte essen und ihren eigenen Wein trinken. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe. Dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Was Gott seinem Volk für eine Zukunft verheißt, übertrifft deine wildesten Träume. Selbst ihr Ungehorsam und ihre Ungerechtigkeit können Gott nicht von seinen Plänen abhalten, zu segnen. Es ist dieselbe Dynamik, die wir heute auch im Neuen Testament gesehen haben. Gottes Gnade und Barmherzigkeit wiegen schwerer als unsere Schuld. Letzten Endes ist es Jesus, der ermöglicht, dass Gerechtigkeit und Vergebung Hand in Hand gehen. Danke, Herr, dass du ein gerechter und barmherziger Gott bist. Danke, dass wir durch die Ausgießung des Heiligen Geistes bereits den Anbruch dieser Zukunft sehen können. Ich bete, dass die Gerechtigkeit triumphiert. Möge dir neue Wein deines Heiligen Geistes und eine reiche Ausgießung von Gnade und Barmherzigkeit von den Weinbergen fließen. Noch ein Gedanke meiner Frau. Römer 5, Vers 20b Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Die The Message Bibel übersetzt hier sinngemäß, aber die Sünde hatte und hat keine Chance im Wettstreit mit der aggressiven Vergebung, die wir Gnade nennen. Ich glaube, das ist der Grund, warum uns in Gefängnissen oft so viel Glaube und Liebe begegnen, so viele Leben verändert werden. Je dunkler es ist, desto heller strahlt das Licht. Musik Musik